also hier sehen sie die spannungen den frau spread also die spannung interbankensystem sie sehen die sind extrem hoch dann kann man vielleicht auf längeren zeitraum gehen also das geht durchaus noch höher wir waren hier anfang 2020 kovid krise war mal ganz kurz richtung 80 jetzt sind wir hier zwischen 40 und 60 also nach wie vor auf einem sehr sehr hohen niveau hier ist richtig spannungen im finanzsystem zwischen den banken und wie gesagt wir schauen speziell mal auf die deutsche bank und sie sehen dass hier die credit defaults also die ausfallversicherungen auf anleihen der deutschen bank durch die decke gehen die sind bei 86 700 credit swiss waren sie glaube ich der spitze richtung 1000 also das ist schon eine ziemlich hohe wette hier wetten momentan etliche gegen die deutsche bank das kann durchaus sein dass das einfach nur böse ist und die wollen jetzt einfach die negative stimmung nutzen um damit geld zu verdienen und hauen jetzt auf die credit default swaps um dort dann panik zu schüren um die deutsche bank den aktienkurs damit unter druck zu setzen und damit geld zu verdienen oder sie haben gute gründe warum sie es tun das kann man sich raussuchen um das ein bisschen einzuordnen gehen mal auf einen längeren vergleich gehen auf die fünf jahre und sie sehen das ist jetzt also höher als was in der korona krise 2020 hatten wir gehen mal auf den auf die maximale ansicht da kann man ein bisschen besser einordnen und hier sehen sie dass die ausfallversicherung auf die deutsche bank derzeit teurer sind also dass die deutsche bank als gefährlicher angesehen wird als sogar 2009 oder hier in ja in der euro krise also durchaus eine beachtenswerte situation und das was ich sagte im moment also ist man ganz gut beraten nicht allzu große summen an bargeld oder an an geld auf dem girokonten beziehungsweise auf dem tagesgeld liegen zu haben sondern das in etwas sicheren bereichen zu haben egal bei welcher bank das momentan der fall es geht gar nicht nur um die deutsche sondern wenn natürlich ein großes haus gibt oder viele kleine häuser kippen dann gibt es kettenreaktionen und keiner weiß wo das als nächstes aufschlägt